Du hinterhältiger Mistkerl. Das geht wirklich nicht. Okay. Ja, da runter dann wohl. Runter. So, und dann da rüber. Jui! Moment, warte! Papa hat ne Knarre! Das Lazariewicz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel! Geht doch! Oh, Vorsicht! Das ist nicht weit! Hey! Sorry! Ist das vielleicht den Weg? Schön, dass du Spaß hast! Tut mir echt leid. Na toll! Ne! Was ist, Kumpel? Traust du mir nicht? Ich hab nix! Okay. Mit so einer Neber gesprungen aus. Ah! Oh! Siehst du, vertrau mir doch einfach mal! Na bitte, Schätzchen! Na los! Du zuerst! Die werden doch sowieso alle sterben! Nehe, du führst mich in ne Sackgasse! Hier durch! Ich glaub deine Wampel passt nicht durch! Kommt der mal! Kommt der mal! Nass! Hm! Da! Geht doch Wasser runter? Okay! Wird er nass! Wird er nass? Wie haben die den Karren bloß dahin bekommen? Na und? Wir müssen nach ganz oben! Fast wie Stonehenge! Hä? Was? 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 Warum? Ist er da jetzt abgestimmt? Warum? Das ist doch... Da muss man doch... Also jetzt, mehr ehrlich, wenn das programmiert ist, man muss da x Kreis drücken. Wenn man dann zweimal Kreis drückt, fliegt mal runter. Gut programmiert. Echt gut. Da müssen sie nochmal drüber, würde ich ein... Nur die Stelle hier. Und vielleicht, dass er da... Wenn er... Wenn er... Wenn er springt... Dass das manchmal nicht so richtig funktioniert. Oh, jetzt ruhig einmal und nochmal. Und dann geht er da rüber. Warum? Warum? Das... Ja. Gut. Ho, ho. Wer ist ja das Mädchen. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Ach das? Ja, ja. Das ist seine Mutter. Also seine. Diese Statuen da, ne? So. Dann auf die andere Seite. Und ich mach mal her. Ach, lass die mir hier. Hm. Ach da, dann... Da gut, sag ich mal. So. Ach! Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir! Hilf mir! Hilfe kannst du verkehren! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Oh, was liegt da? Schnell. Geld. So, und jetzt? Okay, machen wir sie auf. Sagt man noch? Ja, da ist noch eine Tür. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Ja, aber, ja. Wieder von denen, aber jetzt, jetzt. Die Symbole, ne? Sollen die jetzt in der Reihenfolge da sein? Könnte ja sein, ne? Ah, hier. Okay. Danach gibt's keine Rätsel mehr. Guck. Wer sagt, weiter ist noch keiner gekommen. Okay, der ist Knot. Also der endlose Knoten, oder? Knoten? Was heißt Knoten? Ich weiß es nicht. Knoten. Ich hab keinen Namen, was Knoten heißt. Ähm, okay. Gucken wir erst mal. Also da. Auf der Seite. Ich weiß auch nicht, welche Seite was ist. Also, ja, hier, genau. Da haben wir den, diesen, 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 dieses Symbol. Und auf der anderen Seite haben wir den. Okay, dann. Kann man da hoch? Ach, geht. So ein kleines Buch. So groß ist es. Ja, mal auf zufrieden, du. Also, auf der Seite müssen jetzt die drei da, das ist, äh, okay. Also erst mal, äh, dann passt das erste doch. Ja. Der erste passt. Mach jetzt auf. So heute muss dann das sein. Okay. Doch. Komm schon, Mann. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen doch Lasarewitsch nicht verärgern, oder? Tu mir einen Gefallen, Flynn. Schieß mir die Ohren ab, bitte. Also. Mach's selber. Dieses hier, so. Nein, 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 nein. So, und jetzt wollen wir hier noch. Das ist doch gut. Passt doch, jetzt ist das da, das da und das da. Gut. Die Seite haben wir schon mal. Jetzt noch die da. Jo. Ich hoffe, das stimmt so, also, dass ich das in der Reihenfolge mache. Ne, von da nach da und da nach da. Ich hoffe's. Äh, okay. Also, das stimmt also. Komischerweise immer. Ich glaube, da muss ich da lang. Was ist das hier? Ach, das stimmt schon alles? Was kommt denn da aus dem Boden? Okay. Was ist da los? Das ist doch einfach los, meine Güte. Komm, mach dich mal nützlich. Das ist doch alles funktioniert, ne? Wie rollen wir die denn jetzt bitte ab? Hä? Komm, 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 komm. Die kriegen wir doch. Niemals. Toll. Niemals. Wie soll man die töten? Ich mach da erst gar nichts gegen die, weißt du? Was will sie denn? Da kann man die jetzt auf einmal töten. Gute ist, ich hab immer sechs Fits schuld. Nein. Genau mit der Schu... Ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, klar. Was sind das für Viecher? Hm. Oh. Was? Wächter. Um Eindringling abzuschränken. Na? Okay. Das funktioniert ja super! Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Er ist ein Mitkommandier, oder? Öffnet der Stor! Okay. Okay. So, wenn da jetzt oben offen ist. Es ist oben offen. Warum sieht das niemand von oben? Gut, du warst mir schon viel zu lange, ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, ey, ey, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Nein. Alles klar? Ich hab nichts so gesehen. Jo 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 jo. Ich bin noch fast tot, ne? Naja, red noch weiter, du. Aber die... Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Durchhalten. Er ist okay. Jo, jo, jo. Jo, was geht hier? Oh, ich bin noch. Wo denn? Was hat ich mir? Das kann man verstehen. Aber jetzt ist mal ehrlich, da oben ist Himmel. Wenn hier ein Flugzeug oder ein Satellit oder was auch immer hier drüber fliegt und ein Bild macht, dann sind hier Ruinen. Dann sehen sie das und dann können sie auch hier hingehen, ohne irgendwie durch irgendeine Höhle durchzugehen. Das ist, ja. Wir sind unter der Erde, wäre ja so, und dann Licht irgendwie von oben. Warum wegen der Akkurs? Hä? Wieso bin ich jetzt in die Power? Hä? Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarewitsch und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Äh, nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarewitsch aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesem übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast. Der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh, Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So, so läuft das. Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Wett da. Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Ja, das ist ja nicht so schwer. Hallo. Hallo hier. Wie geht's? Was? 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 Was ist, was? Polizei. Was? Die Leute hier im Kamper. Wie viele Schaden machen die denn? Ich glaube, die sind wirklich im Sterben. Wie kann die? Wie soll man die denn bitte töten? Ich meine, da hat er mit zwei Schüssen einen, ne, mit einem Schuss. Das ist, finde ich, schon wieder total sind. Und wieso kann der eine mit der Schrotwünste den sofort killen? Wollen wir schon immer treffen, was passiert? Nein, das ist nicht so hoffentlich. Oh, nein. Was haben wir... Bitte machen! Nein! Ich bin... In der Mitte der Fall ist ja alles kitle. Das ist wirklich, was wir jetzt hier machen wollen. Wie geht es denn, was wir jetzt hier machen wollen? Kommante! Hey, zurück, die Fassi, Jaffan! Ich bin hoch. Und dann ist die Fassi, ja, rein. Die Suche hat irgendwie einen Weg zu suchen, wo man da lang kann, aber... Gut, das bringt ja auch nichts. Ich habe hier nicht... Ich weiß nicht, was man jetzt machen sollte. Dann bin ich einmal getroffen und bin tot. Wenn ich mir wirklich wenig sagen will, wie, was man machen... Also nur was man machen muss, nicht einfach wegsagen, sondern nur einfach sagen, was. Wie ist egal, das machen wir dann schon. Aber... Die halten... Tausend Meter ab. Ich sterbe hin doch. Ich schieße jetzt so lange drauf, wie ich keine Schlüssel mehr habe. Wenn die da nicht... nicht gestorben sind, dann... weiß ich nicht, dann... Das habe ich gerade nicht... jetzt habe ich nur eine Pistole. Ja, ja, fertig. Fertig. Das ist gut. Ich weiß nicht, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Ja. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Wie sind wir das Problem? Ich habe das Problem. Was ist das Problem? Zurück! Haltet sie ihr abhörst! Immer weiter schießt! Es sind nur zwei, weißt du? Wenn man die wenigstens mal irgendwie töten könnte... Warum sterben die nicht? Jetzt! Oh Mist, die fliegen in die Luft! Okay, also mit der Armbrust geht's, gut! Oh Gott! Wir brauchen stärkere Waffen als die hier! Ja, Armbrust! Das ist ja warm! Sind zwar jetzt alle gleichzeitig gestorben? Sieht so aus, ne? Komm schon! Der Sprung ist nicht schwer! Wie läuft's da hinten? Achtung! Ja, wir brauchen mehr Munition auf jeden Fall! Wenn man trifft, brauchen wir zwei Schüsse! Hey, das ist Harz! Eindeutig Baumharz! Es fängt leicht Feuer! Vorsicht! Dann machen wir mal, ne? Oh! Was zur Hölle! Verdammt! Was ist das? Ah! Ist ja gar nicht gruselig! Tch! Und dann war's... Oh! phones her! Und dann fallen wir uns in Schub! Du bist der Knochen im Ingen, aber wiederkünktinhos! Wenn du was den Knochen gefließen kannst... Und dann werden wir das in Schub!